Herzlich Willkommen bei Captain Taylor und nächstes Mal eine CSGO auf der Map King. Mit ein paar alten Bekannten. Oh, was hab ich denn jetzt hier gemacht? Kann ich das verlesen? Mit ein paar alten Bekannten. Machen wir Bail oder? Nee. Nicht mehr. Aufbau zur A oder? Einfach schleichen. Schleichen von hier aus. Wir hören sie es ja nicht. Werden ja sowieso irgendwann gepusht kommen. Die Smoke soll wohnen? Äh, unten. Ähm, Richtung K. Ja. Unspot. Ja, gut. Flash Unspot. Da fliegt's. Da, da. Da, da. Da, da. Ich bin. Noch einer. Ah, LKW. Ähm. Äh, hinterm. Ich hab keine Munition mehr gehabt. Er defused. Na egal. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Wir lassen ihnen eine Chance. Sag mal, sind die Granaten günstiger geworden? Nee. Wieso konnte ich mir, äh, ganze, vier Stück leisten? Gehen wir schnell mal. Okay. Strange. Hab ich die falsche wahrscheinlich gekauft. Wir können einen, äh, Tag 9 Rush machen. Mit Armor sogar. Let's go, my brother. Auf B. Mach's ohne. Ja, ja. Easy. Nehmen wir die Messer dann durch. Bist hier und jetzt bist du raus. Gehen wir mal kurz. Ich hab mir mal bitte einen Headshot gegeben. Ach, mir. Äh, ein Rush heißt, dass wir da rein und rennen. Echt, einfach durch die Rauch und alle sterben. Yeah. Von A kommt. Ja, du bist alleine. Cool. 3 sind B. Das dürfte mal ein bisschen schneller. 86 gebe ich ihm noch. Egal, ich hab einen mitgenommen. Yes. Können wir kaufen? Ja. Nein. Nein. Okay, das ist dann mit der Rüstung nicht so gut gewesen. Hm. Boost mich mal bitte. Wurde in White oder Red? White. Der Red Booster bringt ja nix. In normalen Runden. Also in Eko-Runden von denen auf jeden Fall. Schön. Mittels steht einer da. Genau. Ja, ich weiß. Der steht da doch. Hat nen Headshot von mir gekriegt. Aha. Bin blind. Da oben hat gefressen. Oben hat gefressen. Unspot seh ich nur nix. Komm, Unspot. Einer ist doch auf A. Ah, ich weiß noch nicht. Boah. Minus 76. CT. Hat Smoke in der Hand gehabt. Wäre ja vielleicht off gewesen. So off gerade. Schön schön. Schön. Dünn. Okay, links hat auch nicht mehr viel, wenn hier noch einer ist. Nein, A, A und K. Und genau da an der letzten. Pick dir die Waffe. Scheiße. Du bist Last Man Standing. Einer war Y-Longer. 28. Er kommt. Kamel jetzt kommt da, jetzt hab ich mich wegdreh. Habt ihr nicht gesehen. Ja, wir sehen mehr als du. Das ist ein scheiß Problem. Ja, jetzt müssen wir kaufen. Boost mich einer Redbicker. Mach ich. Fluchy, come on, TTR. Oh, ich bin so ein Arsch, ey. Echt. Was hab ich wieder vergessen? Keiner. Fairer Tausch muss ich sagen. Boost mich mal da. Einer ist beim White. Vorgepusht oder was? Beim Boost? Nein, nein. Der ist hinten bei der White Box. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Wir spielen immer nur einen in der Mitte. Ich hab den, glaub ich, mit der Smoke besprochen. Smoke kommt. Flash kommt raus. Mitte weg drin. Ha, okay. Ich hab mir drei Headshots gegeben. Wo denn? Mit einem Burst. Ja, der steht in der Mitte. Da, ja. Ich mach jetzt mit. Okay, scheiß drauf. Ich bin jetzt gegangen hier drin. Ach, fuck. AWP steht K. Und noch einer auf A. Einer on the squad, bei B. Echte Seite. Der ist weg. Gut, einer stand beim K mit AWP. Und einer auf A. Ich steh mal. Einer auf B. Oh, f*** hier. Bomb has been planted. Schön. Ey, ich krieg immer wieder Tipps drücken, CV rum die Wachbahntisch haben. Jetzt kannst du einfach eine Escape-Einstellung und dann Spieltips rein. Ah, ah, nee. Dann kriegst du hier nichts, hör auf. Muss auf. Ja. Konzentrieren, ich bin nicht aufs Bot, ne? Ah, da würde ich auch mal hingucken, Alter. Oben jetzt. Renn weg. Ach, da. Ganz oben. Du hättest rechts durch die Wand ballern können. Machst du mich? Ah, Philipp. Hat den die ganze Zeit... Weißt du, da, wenn ich den Kacke einstell, ey? Oh mein Gott. Luch, jetzt raub mir, Betta. Ja, Luch, ey. Danke. Booster, RIP, bitte. Schau mal links von dir. Fertig, wollte gerade deine Redline klauen. Schnell. Hallo? Oh, keiner boostet Red. Ich glaube, ich war schon. Ziemlich offensiv hier. Einer ist im Türraum. Jo. Ah, fuck, jetzt geht's. Ich stehe auch weg. Oh, geil. Einer hinter dir, einer hinter dir. Aufheeren. 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 Einer ist oben auf dem Kett. Wo war der denn vorher? Am K oder wo? Ja, auch oben auf dem Kett. Achso, ja, dann sagt mir das doch. Oh, fuck. Ach, fuck, jetzt. Zwei auf A noch drauf. Einer kommt short jetzt runter. Bombe down. AWP, bitte. Ja, die haben jetzt die Bombe, ne? Wollt gerade zu euch kommen. Die sind alle vier auf A. Kommt, wenn, schach. Ach, scheiße. Steht mit AWP in Richtung P-Base. Soll ja keine Ausrede sein oder so, aber bei mir geht einfach nichts rein. Ähm, Mitte stehen, gehört schlecht. Höchstens einer. Ja, meistens. Wir können den in der Mitte rushen. Einfach. Stoppen. Ja, das ist schon mal raus. Und Mitte smoken und über die Mitte dann halt versuchen, irgendwie über CT dann zu gehen oder so. Ach, fuck, was muss ich denn? Vollstuhl auch gar nicht werfen. Ach, ja, ich hab's auch. Geht's euch richtig. Komm raus. Schreckt. Bin blind. 26. Gleich unten in der Hand. Alter, das gibt's nicht. Minus 53 in der Ecke dann noch, ja. B2 down. Kommt B. Stopp. Gelder. Letzte war Mist. Letzte war Mist. Letzte war Mist. Kommt B. Oben oder unten. Smoked alles zu, wenn ihr könnt. Ein Smoke dabei. Smoked. Throw his lock. Arm has been planted. Hat AWP gehabt. Aufpassen. Wenn er schlau ist, saft er sowieso. Das ist halt die Frage. Halt wenn er schlau ist. Dann sieht man, gewinnt man nach so ein bisschen Land. ABP hat der, ne? Ja. Könnte links in der Base stehen. Könnte. Oder hinter dir jetzt. Oh. Boah. Oh ja, das ist wahrscheinlich nicht zu denken. Ich denke mal, der wird hinten beim Dorf. Steht jetzt nicht. Steht jetzt auch nicht. Boah, ist die hässlich. Hier, wer will M4? Haben sie mir game. Dann dropp mir mal, bitte. Willst du AWP haben? Ja, gib her. Jetzt hast du nichts, oder? Alles gut. Ne, ne. Ist alles gut. Alles gut. Ich hab mit der AK nichts getroffen. Ich treffe aber mit der Tech9 umso besser. Ich hab gerade drei Leute damit weggeholt. Oh, so, ich bin ein bisschen spät dran. Oh, bin ich blind. Einer B down, ne? Okay. Der steht hier vorne halt schon. Das ist doch zum Kotzen. Ja, noch weiter oben. Der ist jetzt im Schacht. Schacht raus. Achtung, Schacht raus. Schön. Ich smoke oben. Und ein CT steht schon. Ich smoke unten. Ah, ich smoke unten. Ah, scheiße. Der ist da schon drin rum im Haas. Lass mich durch. Da steht da. Guck durch die Smoke durch. Achtung. Der Smoke links ist etwas offen. Willst du mich verarschen, Mann? Der ist zu win. Voll dir gierig, Mann. Aber der war echt super, Nico. Ja. Danke. Alter. Das ist das Spiel, was ich heute mache. Alter, Daryl. Das war knapp, was. Das war knapp, so. Ich war schon so gut wie tot. Und du weißt, dass du mich nochmal anst. Barbie, boostest du mich void? Ja, krieg ich einen Drop von irgendwem. Ja, danke. Hab schon. Hier. Bombe. Durch geht, ne? Steiner in der Position. Warte, ich flash. Da kommt einer vor. Der geht nach links, da hin. Der geht Richtung Schacht. Einer ist v-wide unten. Ach, gibt's doch gar nicht, Alter. Ja, genau. Er holt mich da weg. Er hat noch vier AP. Schön. Einer ist nach links. Einer ist schon in der T-Base. Oh, geil. Fresse. Zwei am T-Base. Sind beide in der Mitte jetzt. Noch einer links. Wir brauchen mal ein paar Ansagen. Die können doch nicht von B durchwaschen. Oder von A. B ist nichts durchgewaschen. Echt? Das ist okay. Das ist okay. Hab ich nichts gesagt. Das ist okay. Hab ich nichts gesagt. Ich bin in der Boost diesmal nicht. Ich gehe auf white. Ich gehe auf white. Schön. Ihr seid schon durch? Habt doch schon alles noch in der Trollen? Oh, okay. Einer ist hinten in Y. Das gibt's nicht. Ich will dir nicht hitze, Mann. Einer ist hier noch short. Zwei short. Einer ist short. Einer ist short. Eine da. Beide da. Beide da. Na, Jungs, ihr müsst dann bitte die Uhr. Ich treff nix. Ich muss mich mal konzentrieren. Ich dachte eigentlich, ihr wärt irgendwie dann auch in die Mitte gekommen, weil du sagtest ja, oh, da sind schon zwei Entries und dann, ja, aber egal, hättest du mal auf die Minimates gucken sollen. Aber Dan hätte noch so eine Ansage folgten, wohin wir jetzt gehen, nach A oder B. Ja, wenn einer schon irgendwo vorpusht und dann eine gute Position hat, dann kurze Ansage von wegen A ist frei oder irgendwie was weiß ich, das ist schon nicht verkehrt. Ich will jetzt nochmal hier kommen. Oder auch nicht. Egal. Ja, ich krieg wieder direkt so ein Instabrit. Mitte stehen. Mach mal die AK runter, Philipp. Hinter dir kommt was. Warum? Mitte liegt der AK. Seid ihr, okay, wir haben jetzt gegen zwei. Wo geben wir ihn jetzt, A oder B? Entscheide dann. Lass uns uns schicken. Die sind beide B gewesen. Throw in smoke. Orange, du hast die Bombe. Weiß, aber ich möchte die ungern legen, wenn hier noch einer rumgammelt. Blanket. Da gesagt, sind beide B gewesen. Ja. Bomb has been planted. Die werden wahrscheinlich über Main kommen. Über CT oder beziehungsweise K kann nichts kommen, ne? Ich stehe Main. Dann noch einer Short gucken. Ich stehe defensiv Short. Können natürlich auch beide saven. Ja, die haben HPP und so werden die wahrscheinlich. Die gehen auf Exit. Ich schwöre, die stehen hier unten. Ich schwöre, die sind hier unten. Jaaaaaa Möchtest du dafür was gelegt haben? Ähm, nö Der will, denk dran, du hast die Brumme Hat einen den Smokin Main verkackt Sag wenn du raus willst, Orange, ne? Dann mach ich voll die Türe offen, die gucken die jetzt zu mir Short auf alle Fälle Ja leck mich, Short ist AWP Aim, aimt jetzt auf A sind mindestens zwei einer Gabelstapler Einer klar, und einer Spot Jetzt sind es glaub ich schon drei Jetzt hinterm Gabelstapler Ah ist einer da B auch Aber B rotiert Steht oben Was? Gehen eins Da ist Nico Da ist dein Mate Der Karletzler Geh def Bleib def Nehm die Arme und immer Da war er Ah, nice What? Kommt CT Der hat noch 16 HP Fickt sich jetzt wahrscheinlich die Arme Ne, der ist in die Mitte gegangen, der kommt wahrscheinlich Schacht Was? Ne doch nicht, es kommt jetzt hinter dir Dach Ah, was ein Lümmel Der ist zufrieden mit Die er direkt gedroppt hat Was denn dich meinen, du der Sack Der hat ihn eh nicht Ach ja, was spiel ich denn heute so kacke Also lauter konnte er ja nicht laufen, wa? Ne Ne Ja gut Der hatte auch einen ordentlichen Weg, ne Der hat ja vom Kader hin verschoben Der hat ja auch nicht schleuchen können Ich muss mich nur auf ohr halt Ich muss mich nur auf ohr halt Ich dachte jetzt nein Boah, danke Also die pfuschen hier, pfuschen mit, 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 man Ja ja, ich stehe Ich schaffe auch Was? Weg hier Ah, der Schacht Hilfe Der kommt vor jetzt Terrorist's win Oh fuck, 7 war jetzt meine Wie die schon durch waren ey, wie schnell das geht Die waren schon alle komplett nach vorne Der ist Über Mitte ist der verschoben, der kam von hinten durch den Schacht Jetzt hab ich den Schacht aber angesagt von mir Mitgekriegt Wir müssen mal lauter reinsteigen Wo ist nicht mal einer? Hier auch White Ja genau, mach mal Gehen wir zu zweit rauf jetzt Double White Zone Ah, ein Schachtaus Ja Noch einer Warte Ich hab schon fast Ehhh, einer noch ein Schott Throw in the Black Bank Woah fuck, wo denn? Shot down Ich bin down, AWP irgendwo Vielleicht Schacht, Schacht wahrscheinlich, oder? Bitte, ich stehe im Connector mit Das ist ein AWP Gegen zwei, ne? Ja Ich will da immer nochmal so'n Luck-Shop machen Am besten lässt er nicht weiter die Bombe rein Oh fuck Ach, gibts doch nicht Wir haben eigentlich schöne Entries gelandet Und dann haben wir die Runde nur abgegeben Es war ne halbe Eco von denen, ja Und alle keine Rüstung Okay, jetzt ein bisschen Konzentration Ach fuck, ich hab auch keine Rüstung Ist auch ne halbe Eco Ja, aber du stirbst so wenigstens nicht Das haben wir doch letztens festgestellt Letztens hab ich sechs Damage gekriegt in einer Runde Oh ho 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 Ja, das ist äh Bedenklich An der weißen Kiste steht Grenade Alter, ich treff hier auf diesem Huren so'n Server nichts Ich bin nur noch Tech-9 ansonsten Einer war A Einer ist, äh, Connector, Mitte, hat noch LVP Er kommt in dem Moment off Farmers, äh, AWP von A aus Zwei unbekannt Gegen drei Ja, fick dich Keiner und die Zwei und Und einer schafft Hei Ach man Klar, dass man keiner zwei Smokes tragen kann Alter, was meinst, was die Maps dann zu besmockt werden wird Dann wenn du die So'ne Smokeschlange direkt zum Spawn Äh, zum Zum Spot legen, ey Ja, full buy, alles was geht Danke Soll das mal A gehen, das haben wir bis jetzt als einmal versucht So wirklich Ist glaub ich auch immer besser als B Na B ist eigentlich, wenn du da mit fünf Leuten drauf gehst, haben die eigentlich keine Chance Ja, weil das ist so einfach zu retaken Aber das ist so einfach zu retaken Orange, kommst du? Ja Ach Na, was tritt der denn auf Amazon? Ich weiß, stell's mal klar, komm jetzt vor Ja Flashback Ja Counter-Terrorists win Na, du machst wieder A? Ja, ich mach A alleine Kai Mitte und ich Mitte A und ihr beiden B dann Ja, jetzt wird's spannend So, misst jetzt mich immer nochmal ein bisschen anders hin Bisschen näher an dem Bildschirm vielleicht Das könnte helfen Let's go Ich hab übrigens ein Death-Kit, ne? Das ist schön Ich würde dafür durch, wie gesagt, falls er darum geht Das wird A Okay Ich verzögere Oh, pass Was? Einer von euch guckt für die Mitte Die Sonne Ach, einer, äh, hier, ähm, Gabelstab, rechts Ich hab überhaupt nix getroffen, Anna Gegen drei Noch nicht getragen Komm mit auf Hat der einer von denen ne Tag? Ja, bestimmt Ich hab keine, ne? Keine gehört, ne? Krass Ich geh kurz off In Mitte Flash rein, unseren Schnickschnackern Grab your gear and let's go Für uns Für uns White, white, zwei drauf, fuck it, man Die Mitte wird Eins, zwei, drei, vier, Mitte, Mitte, Mitte Boah, alle vier Mitte Gehen jetzt Noch einer Mitte drin Letzte steht da auch, short Ah, ist uns pot schon Aber Bombe ist bei dir Bombe ist bei dir Ja, ich hab's gehört Minus 50 Fertig gesehen Ich hab's gehört Um Ehh, will einer upgraden? Okay Dann spiele ich mal Ich mach jetzt ein bisschen dev das war jetzt scheiße, die haben mich da richtig schön überrannt Ich hätte einfach rein rennen sollen, wenn ich schon sowas mache. Ich smoke. Schmeiß da ein Decoy hinterher. Vielleicht fallen die ja drauf. Einer oben wieder drauf. Wir haben ja auch wieder hin, denn ich habe schon gefunden da oben. 2-3 nochmal. Mitte rein, Richtung Wind. Mitte 2. Links steht noch, Mitte 3. Grüß mich mal hier hoch. Weg, weg, weg. Ich werde dir was cooles einsammeln. Hm, er ist da oben. Jetzt haben die Waffen, ne? Jetzt habe ich eine M4 gekauft. Scheiße. Was hast denn du gehabt vorher? Was hast du vorher gehabt? Die Farmers. Gib mir die Farmers, wo ist die? Die schmeiße ich weg. Schmeiß einfach, danke. Jetzt nicht so offensiv stehen, ne? Die könnten AWP und so'n Scheiß spielen. Ich glaube, ich bin da fest dran. Wir haben jetzt die Smoke-Mütte. Boah, komm. In der Flash. Spannende Aftung. H beide. Ich- hohe Flash. Achtung. Schiss auf den Flash-Bang. Mitte. Bombe vor B. So ist die Aufteilung zuletzt gewesen. Einer war noch vor B irgendwo. Ja. Lass noch ne Smog für unten. Wartet ab. Lass die irgendwo kommen. Bombe ist down oder nicht? Nein. Nein, nein. Er war vor B zu Fuß unterwegs. Ich hätte noch Füße. Ja. Oder? Ja, A. Rotieren. Rotieren. Bombe down vor A. Letztes musst du AWP haben. Müsste eigentlich auch Tür dran sein. Main. 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 AWP mit B. Die brauche ich unbedingt. Ich habe AKP irgendwen. Ja bitte. Nimm doch nicht die Famas mit. Achso, du hast da AKP. Ich brauche keine. Ja, hier. Wo war es da? Da, Daryl, droppt auf dem... Willst du AK? Ja. Ich nehme die AWP da, ne? Nur so by the way. Jetzt fliegen zwei AKs oder was? Let's go! Let's go! Nein, einen. Nein, einen nimmt. Ich habe... ...nur war noch verstanden gerade. Aber ich habe eine Waffe. Das passt. Bist du mit der Ruhe? Ich nehme jetzt nach oben. Krach. Wir kommen B. Ich habe einen Kill gelandet, seit was ich wie lange wieder... Meine Fresse. Oh Gott. Oh Gott. Guck mich mal an, ich schließe langsam wieder auf. Ich war vorhin bei 5 kills. Das Ding ist, wie wir CT spielen mit 1 auf A, das ist eigentlich so imbarm. Ja. Vor allem, weil die ja schnell rotieren können auf A, aus der Mitte raus. Und die von B rotieren, die können nämlich vorher nochmal auf Mitte gucken. Boah, das wird wahrscheinlich nicht... Mitte, Mitte geht ganz schwer was, Achtung. Ich bin super blind. Ja, ich auch. Bin nochmal blind. Viermal geflasht worden. Mitte schon raus. AWP VB. Bomba down, bitte. Ich steppe von B nach Mitte. Woh, fuck it, Mann. Aber ich stehe da unten, sag das doch. Mitte, links. Mitte, links. Vorm White. Schön. Let's da AWP. Ich bin rechts in der Ecke, rechts in der Ecke hat er da. Das Spray, ey. Oh, ich war mir nicht sicher. Ich habe einfach mal eine Granate reingeworfen und dann weiß ich auch nicht. Achso, du hast den überhaupt gar nicht vorher gespottet. Nicht 100%, ich war mir nicht sicher. Und du hast dann aber wie sicher ist, habe ich mir eine Granate reingeworfen. Und während ich die Granate geworfen, habe ich nicht gekriegt. Noll, Fabi, du kaufst eine AWP und eine M4? Nein, ich habe die AWP nach vorne geschmissen und er hat die M4 gekauft, weil das nicht geraffelt hat. Wieder mit der ordentlich los. Aber schlecht diesmal gemacht von denen. Yo. Äh, Arme in zwei. Tür einer. Grenade out. Könnte verschieben. Okay. Ach komm, 40 in zwei. Da war er dann nicht. Verschiebt, Fabi, ne? Beide verschieben. Ah, ja. Da habe ich ein Insta-Brett kassiert. Ich wusste es, Mann. Das ist die Kacke, wenn ich nicht weiß, wann ich Go machen kann. Mir zu. Ist dir mal aufgefallen, wie viele Headshots der auf einmal gibt? Der hat Dernalinen, oder was? Der hat aber nicht an, keine Sorge. Ich bin der Bischmann von einer M4. Brauch bitte auch einen Drop. Danke. Hat der da? Ja. Also beim nächsten Mal verschiebe ich nicht direkt, wenn ich keinen Mitte habe. Sonst stehe ich dir wieder so offen, wie gerade eben. Und war mega am Mist. Ja. Ja, hätte ich eine AWP gehabt, dann hätten wir auch 400. Ich habe halt keinen Account. Wäre der aus der Mitte nicht gekommen, dann hätte ich den auch immer gehabt. Okay, ich habe den Arsch oben drauf, den habe ich. Die Smoke war diesmal gut für mich. Laying down smoke. Deploying decoy. Ich ziehe wieder zurück, etwas. Morg mal nach. Nein. Ich gehe rüber, du weißt mal Mitte, ich rotiere schon mal zu da, zu B. Ich stehe jetzt gleich CT. B, äh, A-Bombel down, verschiebt alle. Okay. A-Bombel down. Okay, noch einer down. Du bist B alleine, ich komme zu A. Ja, ja. Ich bin der Einzige, der zu A rotiert. Die Tür ist auf, ich schaue mal in die Tür rein. Ja, okay, ich gucke in die Tür kurz rein, alles klar. Einer ist noch bei B. Ja, wahrscheinlich jetzt Terror Base. Wir brauchen einen, der quasi Richtung CT-B deckt. Sonst stehen wir hier eigentlich ganz gut. Ja. Also wir sind offen, Daryl. Von hinten, von CT aus, von Mitte. Und short aus. Short und CT. Ja, wenn du stirbst, merke ich ja, ob du da bist. Steps short. Ich schaue mal, warte. Könnte schon durch sein, ne? Ich flash. Ich flash. Main, eventual main, sorry. Einer ist auf white. Ah, der letzte war auf white, der ist hinten runtergegangen. Auf, Achtung, flash. Sorry, das hat sich überlagert, also es war nicht ganz klar. Ich dachte, die wären nicht so short. Ich muss mal, glaube ich, ne andere Waffe spielen. Hier, Glouchy, droppst du mir bitte ne AUG, wenn's geht? Die Waffe, die du fallen lassen hast, hast du Nico gegeben, ne? Die hat der Nico. Ja, jetzt hab ich keinen Kettler. Ich brauchst du einer oder was? Ja, ich hab den Kettler, egal. Oh, die sind durch, bitte. Ja, genau. Der hat mir aus der Smok'n Headshot. Ja, zwei, drei, drei. Schaff, du mal ein, schaff, du mal ein. Ja, ja. Über dir, Kai. Ich bin down. Mitte offen. Ne, ich stehe Mitte. Ich wusste halt nicht, wo ich stehe. Scheiße, ey. Lauf nach A für den Kopf. A hat ne A für den Kopf. Hat aber, glaube ich, nicht die Bombe. Ich glaube, das Kloßmitte jemand noch. Jetzt auf A alle drei. Ah, Mann, ich tue keine Waffe, das ist schlecht. Beide links, Philipp. Ne, doch nicht. Doll. Kommt jetzt links, garantiert. Du hast nicht ewig Zeit. Entschuldigung. Entschuldigung. Du oder du. Saves. Ach, war doch klar. Dann hättest du hingucken müssen. Ja. Das war so ein Spot, den ich immer abaim. Wir gehören auch mehr. Ich habe immer das Glück, wenn ich nach Ypsen gucke, schütze sie mich von der Tür ab. Lurchi vielleicht was oder so, oder machen wir Echo? Nein, ich leg's schon. Echo. Ich nehme die Waffe trotzdem. Ja, dann mache ich jetzt auch. Der Echo schluss auf. Ja, war klar. Der hier. Mann. Mockst du wieder, oder? Ne. A-Main was. Mitte. Mitte 2. Mitte und Boost. Noch 23. Rotiere mal woanders hin. Könnte Schacht werden. Ich geh zu B. Ach ja, genau. 3 Stück Mitte. Glaub ich. 2 habe ich auf jeden Fall gesehen. Einer ist vor Schacht oben. Ja, Schacht offen. Schacht offen. 2 Stück unten. Mitte. Einer Main, Daryl. Neun. Schaum, der letzte ist auf vor Schacht. Minus 25 AWP. Ja, nice. AWP mit mir. Also haben wir sie doch noch gefistet, Mann, in so einer Echo da. Schön. Vor allem, wie die nicht von hinten, die nach hinten geguckt haben. Oh, ich könnte mir selber kaufen. Willst du, wenn du selber spielen willst, kannst du selber spielen. Oh, ich, nein, ich will den Skin spielen, ja. Nein, ich will den Skin spielen, ja. Ne, ist doch egal, wenn er nicht geil ist. Also ich glaube, ich will damit eben gebesser, du. Keine Ahnung. Ist so, das beeinflusst dich schon so ein bisschen. Wenn du das richtig geil findest, dann macht das Spaß. Damit zu spielen und es Spaß macht, dann... Ich geh hoch auf, auf Dings. Nein, der letzte hat... Loil. Ich find's gut, er hat drei, ich hatte zwei, das find ich okay. Du warst die... Du hast Backup, Nico. Oh, fuck, man, das hätte so ein richtig geiles Ace werden können, ey. Hab ich voll verzogen mit der Piste. Da gibt's einen ganz berühmten Spruch. Der fängt an mit Hätte... Ja. ...und hört auf auf Fahrradkette. Achso, ich dachte nochmal auf Hätte. Ne, das Hätte, das Zweite ist in der Mitte. Ich habe keine Smoke. Mitte irgendwas. Ist wieder Main, oder? Ist das Mitte? Ich weiß nicht. Doch, ich bin blind. Ich auch. Schlecht gesmogt, ja. Mitte noch einer. Ist A. Fuck, einer ist Mitte noch. Schacht. Also, unter Schacht. Ich hab genau aufgeschmissen. Ich hab nicht so gut da gehört. Jetzt weiß ich nicht, wann er da reingeht. Gut. Bombe down. Bombe auf B down. Ich rutsche hier rüber, Mitte auch lasse ich offen. Letzte müsste A gewesen sein. Ich bin sicher. GG. Daryl, Krossavschik, weiß, dass ich da sitze. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ja, Daryl, Rack ist gekommen. Naja, egal. Rack ist gekommen. No, weil du zwei Kills schlechter bist als er, äh, besser bist als er. Naja, Leute, das war's mit Kapitän der Tolkien Grube. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da.